Deckenbetonieren, Semen-Sackel-Drom, Schalung-Macher, Akinetten-Krom, Flämmen der grästen Hitz, Stirngplatzl betonieren, da ist es angenehm, Holz-Macher, Barmer umschneiden, Nässchnorten, Kreissockbladeln wechseln, Glüh, ich muss glühlen, und da ist es okay, dann geht auch wieder geschliffen, da ist es angenehm, das ist angenehm, Rosmar, Dujenstein, Äpfelbrocker, Lapps am Rechner, Heidl, oh weh, und da hat der Raff, dann geht auch schon wieder gewechselt, da ist es angenehm, ja, da ist es angenehm, Geschirrspiel ausräumen, einkaufen fahren, kochen, aufwaschen, ein Schirzen tragen, anstaunen, da ist es angenehm, gell? Sogar mein Vater hat schon mitgekriegt, dass er mehr keine Arbeit schafft, und auch meine Mutter hat schon mitgekriegt, dass sie mehr keine Arbeit schafft, und auch meine Chefin hat schon eingeseinkt, dass ich nicht so gebrochen bin, Ich hab mich immer deppert, gestellter Spaß der Energie, Ich hab mich immer deppert, gestellter Spaß der Energie, So, morgen greif ich mich nix an.